Die Klimafüchse aus Hamburg. Die Umwelt- und Klimafüchse der Grundschule Horn haben sich zu Energiedetektivinnen ausbilden lassen. Dank ihrer Spürfähigkeiten wurden Einsparungen beim Heizen erzielt und Bewegungsmelder im Treppenhaus und in den Sporthallen installiert. Darüber hinaus treten die GrundschülerInnen das Musikvideo Flasche in die Tasche zum Thema Mülltrennung und Müllvermeidung.